Musik 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 Ja, Alter Musik So Musik 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 Mal durchwaschen hier Musik Oh fuck Keine gute Idee Ich werde doch hier da Einzumischen Musik Schneller Reiter zu eurem Dienst Kavallerie Doppelte Geschwindigkeit Fehler Recht Stalt für Räume Was auf Befehl? Reiten los! Vollzug Vollzug Weg Schnell Vorwachen Schnell Schnell Das war's für heute. 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 Ach du heilige. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Also wenn die jetzt besiegt werden, werden wir denen zu Hilfe ein. Ich muss eigentlich auch packen müssen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Say, fight. It's okay. Okay, go on. 클� supply. Das war's für heute. Let's roll. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schädlicher Arme. 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 Ah, wow. Jo. What? Oh, wir haben viele Verluste erlitten eigentlich. Gebra! So. Gut. So. 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 Ich glaub schon, ne? Ich glaub, die sind in Kohortenanheiten. Da haben wir noch an Legionen her. Verloren. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte euer Befehle. Ich kann dich natürlich keine Druck mehr rätieren. Hm. Es ist einfach ein Schaden im Nahkampf. ich brauche so wenig essen dass sie die vor auch nicht doch funger alle hübs ich bin ich hier beim roten sand gut dann wie ich sagen ist es nicht mehr zu einer weiteren folge von wundervat 2 sind schon wieder 37 minuten weil ich wahrscheinlich wieder ein zweiter alles ist schon ein bisschen lang wir machen wir machen noch drei minuten das ist fertig da nicht 20 minuten machen kann das ist dann hier gleich ist oder ziemlich gleich noch drei minuten drauf warum denn nicht so ich mache auch etwas längere folgen weil bei wohnen also die armee wird immer größer also scheiße naja noch eine armee hinzubauen müsste ich eigentlich ne das war erste korte wollen wir hier gleich mal normale leute ich kann mir auflösen aber die brauchen wir hier zum krieg irgendwann also ich werde wahrscheinlich erst die gelater und dann die napete aber die napeteer sind noch meine verbündete und ich kann mir auch helfen noch eine minute leute oder ne ja ok gut ich beenden wir jetzt die folge heute jetzt glaube ich noch keine 40 minuten aber ungefähr auf jeden fall ich sage dann die erste sind wir zu einer weiteren folge von battlefield 4 bombtower 2 planetzeit vielleicht höchsten channel ist und ich sage dann bis denn und schau bei also auch Untertitelung des ZDF, 2020